Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Suche, lass mich runter! So, shunty, lass mich runter! So, nass mich runter! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wunderbar! Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du bist besser als der Durchschnitt. Statistisch gesehen gibt es also wirklich Spieler, die schlechter sind als du.